Und heute Morgen zu den dieswöchigen VfB-News. Ich habe mir diesmal auf die Kommentare geachtet und habe mal versucht, es diesmal ein bisschen zu kategorisieren hier, das bisschen auseinander zu packen, die News, ein bisschen in Themenblöcke rein. Ja, mal gucken, ob das so passt. Wir fangen an mit Eberl, der noch vor der PK, der Podcast war noch vor dem Spiel, also auch noch vor der PK von Gladbach, gesagt hat, der VfB gehörte jahrelang zu den Top-Klubs der Bundesliga, da er war für mich auch kein klassischer Absteiger. Der Verein hat eine tolle sportliche Führung und wird in der Zukunft definitiv ein weiterer Konkurrent um die internationalen Plätze für uns sein. Ja, starke Aussage. Ich meine, das würden wir alle mitnehmen, aber starke Aussage war bestimmt auch so ein bisschen das Großreden vom Gegner, so ein bisschen. Ja, am Ende des Tages haben wir gewonnen in Gladbach. So, lassen wir mal stehen jetzt Dingen. Und dann geht es eben um Platz 7. Tatsächlich noch durch den Sieg in Gladbach. Kicker hat sich geschrieben, Führung auf Platz 7, Union, Gladbach, VfB, Freiburg. Wer sich wie für Europa qualifiziert beginnt? Nur uns durch natürlich. Der VfB wird Siebter. Bei einem Sieg gegen Bielefeld mit mehr als zwei Toren Differenz, wenn Union maximal Unentschieden spielt, Gladbach nicht gewinnt und Freiburg entweder nicht gewinnt oder maximal mit einem Tor höher gewinnt als der VfB. Option 1. Oder bei einem Sieg mit maximal zwei Torendifferenz, wenn Union verliert, Gladbach nicht gewinnt und Freiburg entweder nicht gewinnt oder maximal mit einem Tor höher gewinnt als der VfB. Okay. Wissen wir auch, was wir uns da morgen vorbereiten können. Es wird trotzdem im Stream wahrscheinlich ein paar Verwirrungen geben. Warte mal, was heißt das jetzt für ein Abstiegskampf? Was heißt das jetzt für Platz 7? Hilfe, was geht ab? Egal. Ich habe es einfach angesprochen jetzt. Auch interessant vom Kicker. Schreibt hier ein Twitter-User. Bei Abstieg von Bremen hält der VfB 1,7 Millionen mehr Fernsehgelder. Bei Reichen von Platz 7 weitere 1,7 Millionen mehr Fernsehgelder. Also nichts abschenken, alles geben. Wäre quasi so ein bisschen der Random-Themen-Blog, würde ich mal so ein bisschen sagen. Oder so ein bisschen der Zukunftsthemen-Blog mit Platz 7 und so weiter. Wir machen weiter, ja, mit so ein bisschen auch VfB-Zukunft oder so. Ja, wie ist der VfB aufgestellt? VfB-Zukunft. Weiblinger Zeitung. Luca Mack, Antonis Aydonis, Lee Ekloff und Co. Das sind die Perspektiven der VfB-Talente. Wird hier durchgegangen im Artikel. Wie gesagt, Luca Mack. Jetzt ja auch schon ein bisschen gespielt bei uns. Vertrag bis 2022. Ich glaube, der hat eine gute Perspektive bei uns. Aydonis musste gucken. Hat Vertrag bis 2023. Kam jetzt, glaube ich, diese Saison noch nicht zum Einsatz bei uns. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht bei den Profis. Ähm, Eklhoff sowieso ist, ähm, ja, absolut eingeplant. Ähm, hat ja ab 2, 20 oder so. Wie lange hat der Vertrag? Ich glaube, bis 2024 müsste der Vertrag haben. Also sehr lange gebunden. Ist ja das Top-Talent, auf das wir alle gehofft hatten. Hat auch seinen Kurzeinsatz mal bekommen. Ich glaube, in Berlin war es im Hinspiel. Ähm, aber halt auch diese extrem lange Verletzung wird, wird range, wird rangeführt wieder. Ist kein Leihkandidat. Wird einfach rangeführt bei uns. Ähm, und dann noch Jordan Mayer und Sebastian Hornung. Ähm, da haben wir wieder eine Mittelfeld mit, mit Jordan Mayer und eben Sebastian Hornung als Torwart, die auch aus der U19, U21 so ein bisschen hoch hüpfen könnten. Ähm, die haben auch beide langfristige Verträge. So, wer schon mit Potenzial kommt im Sommer, ähm, eben angefragt an Mislintat, äh, zum Thema Transfers und Kaderaufstellung. Nächste Saison. Wir haben mit Alu Kohl ein heraustragendes Talent aus Australien und mit Ömer Bayers einen Zehner oder offensiven Achter verpflichtet. Unsere Gruppe ist, so wie sie dasteht, schon sehr, sehr gut und noch mit viel Potenzial zu wachsen. Von daher gehen da, von daher gehen wir da sehr locker damit um. Ja, kann man auch so machen. Wer das Potenzial schon ausgeschöpft hat und hoffentlich weiter ausschöpfen kann, weil, ja, muss man gucken nach Verletzungen, ist, äh, Silas. Oder wir hoffen natürlich sehr stark nach Verletzungen. Ähm, Silas, der hier tatsächlich den Bundesliga-Rookie of the Season gewonnen hat. Ich meine, wer anders hätte es auch sein dürfen. Also, der Kollege hat, glaube ich, dreimal gewonnen in der Saison. Klimovic noch einmal. Das hatten wir auch im anderen Podcast. Und dann eben rein vom Klubnamen. Höhere Jungs wie in Bellingham. Natürlich auch starke Saison. Ähm, mit 17. Auch Wahnsinn, was der da spielt. Äh, auch ein Musiala. Aber ich glaube, Silas hat das Ding schon verdient gewonnen. Hier steht es nochmal dran. November, Dezember, Februar hat er scheinbar die Dinger jeweils geholt. Also, hochverdient. Was er auch hochverdient bekommen hat für alle Zocker unter euch. Ähm, er war zwar nicht im offiziellen Tots drin, hat aber seine SBC bekommen. Silas Waminkituka bei Footband zeigt sie mir gerade bei der PS4 und bei der Xbox, äh, beides bei etwa 245, 240k an. Ähm, aber die meisten haben bestimmt schon ein bisschen was im Verein. Wenn selbst ich ihn aus dem Verein quasi machen konnte mit plus 40, 50, 60k noch oben drauf. Waren wahrscheinlich die meisten Zocker den auch machen können. Recht fairer Preis. Zum Glück könnt ihr euch holen. Die geile Team-of-the-Season-Karte von Silas. Wir hüpfen weiter zu einigen Rückblicken, die wir jetzt ja haben. Weil, gut, natürlich gehen Richtung Saisonende. Da sind die meisten Entscheidungen gefallen. Die meisten Saisons waren zu Ende so. Deswegen haben wir die meisten Throwbacks auch. Ähm, vom 17. Mai ist der Tweet hier heute vor 32 Jahren Rückspiel. UEFA Cup-Finale gegen die damals wohl Weltbeste. Manche aus Neapel mit Maradona. Ähm, da haben sie, glaube ich, im Hinspiel 2-1 verloren in Neapel. Und es war noch Hin- und Rückspiel-Final. Ähm, und dann war es ein 3-zu-3 im Rückspiel, wodurch man das Ding ja nicht gewonnen hatte. Natürlich das Höchste, was der VfB international gespielt hat. So würde ich, glaube ich, meinen. Ähm, dann auch vom 16. Mai ist das, äh, heute vor 29 Jahren was für ein Herstagsfinale, was für ein Stück VfB-Geschichte. Das war die Meisterschaft 1992. Ähm, und dann nächste Meisterschaft vor zwei Tagen, äh, auch auf den Tag genau quasi, ähm, vor 14 Jahren. VfB hat ein Video hochgeladen, Gänsehaut pur mit dem Abpfiff. 2007 Meisterschaft geholt. Ähm, wer da auch maßgeblich dran beteiligt war und jetzt auch neue News zu ihm sind, äh, lustigerweise auch tatsächlich an dem Tag. Also 19.05.2007 köpft er das 2-1 gegen Energie Cottbus zur Meisterschaft. Am 19.05.2021 gibt er bekannt, dass er seine Karriere beenden wird nach Abschluss dieser Saison. Ja, damit gemeint, ist, glaube ich, bei allen schon klar, ist Sami Khedira. Ja, wahnsinns Karriere hingelegter Kollege. Also es ist, ja, das ist schon ähnlich wie ein Gommes, aber fast noch ein bisschen mehr sentimental gefühlt, äh, als noch bei einem Gommes. Ähm, ja, auch VfB-Legende kommt da auch bei mir gefühlt auch irgendwo aus, nicht nach, nicht direkt Nachbardorf, aber in der, in der Gegend da von Öffingen, müsste es gewesen sein. Mach diesen jugendlichen Traum dadurch beim VfB, halt auch, ja, dem hast du schon, oder ich zumindest, von Beginn an Fan gewesen. Ich glaube, es war das erste oder das zweite, oder, ich meine, es war das zweite Trikot, was ich hatte. Das erste müsste Hilbert gewesen sein, das zweite dann Khedira, schon immer auf diesem Jugendhype gewesen, die VfB-Jugend schon immer groß gewesen. Wenn man auch selber gekickt hat, wenn man gesehen hat, ah, guck mal, da ist einer, der ist fünf, sechs Jahre älter oder sowas und kickt beim VfB, dann macht er seinen Schritt da hoch zu Real Madrid, also macht keinen Schritt zu den Bayern oder sowas. Also auch da sich nie Sympathien so ein bisschen verspielt, ähm, im Vergleich zu Gomez, auch wenn der sich jetzt auch beim VfB nicht die riesen Sympathien verspielt hat, so war es jetzt nicht gemeint. Äh, geht zu Madrid, auch da abgeliefert, gab auch irgendwo Instagram-Post, glaube ich, von Mourinho und von Ramos und so weiter, die sich, die sich quasi, die ihm alles Gute gewünscht haben, dann merkt man, was da für ein Standing ist. Auch eine WM 2-10, glaube ich, gespielt, quasi, als da ein Ballack verletzt war und da reingesprungen, eine Top-WM gespielt, 2-14, Weltmeister geworden, auch wenn man, glaube ich, im Finale nicht auf dem Platz stand, aber auch im Halbfinale beim 7-1 gegen Brasilien. Wahnsinns Karriere, jetzt noch zu Juve gegangen, Wahnsinns Karriere hingelegt. Respekt, Respekt, VfB-Legende durch und durch für mich. Letzter Schritt zu Hertha, war jetzt halt irgendwie ein bisschen lost, ein bisschen unnötig, der war jetzt aber sowieso nicht so lange. Ähm, deswegen, ähnlich wie in Gomez, darf der Kollege meiner Meinung nach sehr, sehr gerne auf irgendeiner VfB-Position zu uns zurückkehren, wo es halt dann auch thematisch und vom Fachwissen her Sinn macht. Ja, ein bisschen negativer, 14. Mai, vor 5 Jahren, der VfB-Legende steigt ab, ähm, ja, 2015 zu 2016, wir steigen ab, also nicht direkt in Wolfsburg, aber am letzten Spieltag in Wolfsburg steigen wir ab, erster Abstieg, nach 41 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit war es, aber direkt ein Jahr später quasi, also folgerichtig vor 4 Jahren, ähm, vom 21. Mai, also von heute tatsächlich, ähm, der VfB steigt in den Bundesliga auf, 4-1 gegen Würzburg. Hannes Wolf, Trainer, Torschützen Zimmermann, zweimal Tirode und Gincek, Tirode wird mit 25 Toren Torschützenkönig. Du hast ja das Weltklasse-Bild in dem Twitter-Beitrag mit Maxim auf der Auswechselbank, alle Fans da, ich ja auch, Stalin und Flock ist ja auch bekannt, müsst, glaube ich, nachdem ich ja die ganzen Trailer und Bunziger-Geschichten und Hinrunden- und Rückrunden-Videos heruntergenommen habe, ähm, wegen bunziger Rechten und einfach da auf sicher zu gehen, schweren Herzens runtergenommen habe, dürfte das, glaube ich, auch das meist aufgerufene Video auf meinem Kanal sein, der Flock zum, ähm, Würzburg-Spiel Wahnsinn, auch auf dem Platz gewesen. Erste Saison-Dauerkarte, sensationell. Wir machen den nächsten Blog, so ein bisschen VfB intern, würde ich sagen, ähm, Wiff Report wird im VfB-Aufsichtsrat bleiben, unter einer Bedingung, schreiben die Stuttgarter Nachrichten, ähm, die Bedingung ist dann wohl scheinbar, dass er, ja, es hängt von der Präsidentenwahl ab und da kommt so ein bisschen durch, dass er natürlich gerne lieber Steiger hätte als Vogt, hat auch jemand geschrieben, was auch, glaube ich, rein vom Sympathien her und von, ja, ja, vom Wahlkampf so ein bisschen quasi auch passt, ist das nicht unfair, wenn Wilfried Port so offen Wahlwerbung für Vogt betreibt, also ich glaube, damit wird er nicht mehr Leute zu Steiger gebracht haben, indem er sagt, ich bleibe nur, wenn, wenn Vogt nicht mehr hier ist, also ich glaube, Port, wie gesagt, ohne dass er das Insider-Wissen hätte, wo er Scheiße gebaut hat und so weiter, ich habe es ja auch nur quasi ein bisschen besprochen in irgendwelchen Daten-Affären-Geschichten, aber auch, ja, ich soll mal sagen, halt einfach nur euch die Messages überbracht von den Twitter-Usern und so weiter, also ich habe da jetzt keinen näheren Einblick, was der Port für ein Mensch ist, aber wirkt schon so, als hätten die meisten Fans nichts dagegen, wenn er nicht mehr beim VfB ist, deswegen hat er dadurch so ein bisschen ungeplant wahrscheinlich von ihm schon doch ein bisschen Wahlwerbung für Vogt. Dann hier, VfB rechnet mit Verlust von 45 Millionen Euro, sagt Hitzesberger dem Fachmagazin Sponsors oder Sponsors, keine Ahnung, wer auch immer, weil eben allein pro Heimspiel und Zuschauer dem VfB etwa 2 Millionen Euro entgehen. Die ganzen Beträge habe ich da auch alle im Kopf, weil ich da für irgendwelche Sportkurse in der Uni auch schon dem VfB jetzt in Social Media auseinandergenommen habe, was die da alle gemacht haben, wie sich das entwickelt hat und auch schon in Richtung eben, deswegen ist auch Sponsors und sowas ein bekannter Begriff, auch da sagen Corona und so ganz viele Zahlen und alles und Belegarbeiten von 10, 11 Seiten, da bin ich auch drin in der Thematik. Also die 2 Millionen pro Heimspiel sind wir natürlich dann auch, kommt dann auch nicht von, aus nirgendwo für mich, die war mir dann auch schon bekannt. Künftig wird Rainer Adrien innerhalb des Gesamtvereins VfB 1893 die Rolle des Verantwortlichen für Kinderschutz übernehmen und dann auch, es geht weiter, Vertragsverlängerung für Daniel, die Darby beim VfB unterschreibt, ein Jahresvertrag bis nächstem Jahr, 30. Juni 2022, ein VfBler auch durch und durch, Jugendmannschaften durchgegangen. Rein von Sympathie da glaube ich auch ein Top-Typ. Da halt wieder die große Thematik halt, jetzt hast du die Darby verlängert, Mann, Castro wäre dort noch wichtiger. Ja, wir sind da halt nicht drin, ich bin da nicht drin. Wer weiß, was da die Ansprüche von dem Castro waren, was der VfB machen konnte, was der VfB sich quasi als Ziel gesteckt hat, was er nicht in Sachen Angebot übertreiben will, finanziell und so weiter. Da gibt es ja auch Richtlinien und da soll es dann auch nicht irgendwie Ausnahmen machen. Da bin ich dann schon dabei, dass du das für alle durchziehst. Mal gucken, wo es den Castro hinzieht. Hat er scheinbar auch andere gute Angebote. Ich sehe den schon bei Union Berlin oder sowas. Das ist so der Typus-Klub, wo ich den Castro jetzt sehe. Ja, sonst, Vitavi gerne das eine Jahr, hat sich ja jetzt auch nichts geschissen, wirkte alles sehr professionell. Keine Startelf-Garantie und nichts. Auch einer, der halt im VfB durch und durch lebt, also einer, der auf jeden Fall, was weiß ich, integrativ, keine Ahnung, auf jeden Fall halt helfen kann für Mannschaftsgefüge, für Leute, die kommen, für Jugendspieler und so weiter, da halt den erfahrenen Posten darstellen kann. Mal gucken, ob er dann auch ähnlich mit dem Castro das Kapitänsamt vielleicht sogar bekommt. Mal gucken, wie das verlegt wird im Sommer. Wird auch nochmal eine Thematik werden, dann irgendwann. Aber habe ich nichts dagegen, den für ein Jahr zu verlängern. Der wird schon wissen mit Einsatzzeiten und mit Gehalt und so weiter, dann wird er schon gepasst haben. Und dann noch, ja, auch Thema, die Vitavi spricht gefühlt im selben Atemzug quasi Materazzo ein riesiges Potenzial zu, lobt ihn in den Himmel. Ist ja auch richtig. Wir sollten den Mann so lange an uns binden, wie nur möglich ist. Problem ist halt, dass er, wann ist Materazzo vorbei? 2023, glaube ich, war es natürlich auch eine wahnsinnig lange Zeit für den VfB. Das waren dreieinhalb Jahre, seitdem er kam, am Anfang 2020. Deswegen, von dem her wäre ich schon krank lange Zeit, natürlich so lange halten, wie es geht. Man muss halt auch gucken, wie viel ist da wirklich da? Saison war jetzt der Wahnsinn, aber immer das große Fragezeichen, ah, Hilfe, zweite Saison auch im Aufstieg. Ich weiß, da gibt es einige, die mir wahrscheinlich nicht zusprechen, dass das unbedingt immer stimmt. Aber man hat es halt im Hinterkopf und, keine Ahnung, weil man es im Fußball nicht ausschließen kann, ist es auch nicht hundertprozentig auszuschließen, dass nächste Saison halt irgendwie dann dermaßen scheiße läuft. Und dann hat man vielleicht einen anderen Blick auf Kader und so weiter. Das geht ja sehr, sehr schnell. Das geht ja sehr, sehr schnell. Es gab auch Leute, die den Reschke gefeiert haben für Transfers oder für sonst wie. Und guck mal Platz 7 und vielleicht geht da was und so weiter. Und dann kam eine scheiße Saison und auf einmal waren das alle die größten Idioten, die es auf dieser Welt gibt. Das switcht da von der Ansicht auf Personen sehr schnell. Deswegen hoffen wir da einfach auf eine weiter sehr, sehr positive Zukunft. Wir gehen Gerüchte durch bei Kobel, Abgang, Leit, Stuttgart, Nübel vom FC Bayern aus. Ja, ich hoffe es mal nicht. Nicht unbedingt, weil, also da hat der Berater ins Spiel gebracht scheinbar. Zweijährige Ausleihe ist irgendwie im Spiel. Beispiel, ähm, ja, ja, also er ist bestimmt kein schlechter, so ist es nicht. Ähm, Problem für mich ist halt das, das, das Thema Laie. Weil dann hast du nämlich auch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wie auch immer, hast du halt wieder dasselbe Problem wie auch damals nach der Zweidiger Saison, dass du gucken musst, yo, kann ich den verpflichtet, gleich den halten oder schaue ich dann direkt nochmal nach einem neuen Stammkeeper. Und ich habe da keinen Bock drauf. Wir hatten das Glück, dass wir Kobel kaufen konnten und behalten konnten, aber da haben wir es dann Nübel plant. Und ich habe ja irgendwie keinen Bock drauf, mir einen Keeper zu holen für zwei Jahre oder für ein Jahr. Und dann am nächsten Sommer nochmal neu suchen zu müssen nach einem neuen Stammkeeper. Also Keeper ist schon so eine Position, die eigentlich mal längerfristig, ähm, belegt sein soll. Was ja auch gerne Kobel machen darf bei uns. Mal gucken, ob er es tut. Ähm, hier sind wir nicht perfekt weiter mit der nächsten News. Noch kein BVB-Angebot für Gregor Kobel. Müsst wahrscheinlich auch uns, äh, wieder mal misshintat, äh, was dazu gesagt haben. Hat ja auch in der Halbzeitpause vom Gladbach-Spielglaub gesagt, dass halt noch nichts Offizielles da ist. Gute Position, Kobel fühlt sich wohl, bla bla bla. Mal gucken, was genau passiert. Dortmund dran, englische Klubs dran. Schauen wir mal weiter. Ähm, auch ein Gerücht. Äh, laut ESPN ist der VfB neben Gladbach, Leverkusen, Frankfurt und Gladbach. Hä? Oh, ich habe mich verlesen. Ist der VfB neben Leverkusen, Frankfurt und Gladbach an Josh Sargent von Bremen interessiert, der ja vielleicht mit Bremen absteigen könnte. Er hat, glaube ich, tatsächlich auch einen recht hohen Marktwert. Und wie sieben, acht, neun Millionen oder sowas. Wäre tatsächlich ein bisschen abgeneigt. Also, der bringt schon ein bestimmtes Potenzial mit, vor allem in Sachen Tempo da vorne. Aber der ist auch schon bei Bremen so ein bisschen bekannt als Chancentod. Keine Ahnung. Wir hatten ja natürlich auch schon Leute, die von dem Gonzalez abgeneigt waren, weil er auch dieses Chancentod-Ding hatte in seinen ersten Sessons. Kann man sich natürlich abtrainieren. Kann man sich natürlich verbessern. Aber irgendwie Sargent ist jetzt kein Name, wo ich sagen würde, ja, jawohl, geil, lass machen. Da ist der Name der Jetschen kaum schon ein bisschen mehr, auch wenn ich jetzt bei dem auch nicht die krassesten Insights habe. Aber Nico Schlotterbeck ist immer interessiert scheinbar dran. Von Freiburg an Union ausgeliehen, 21 Jahre halt. Hat auch noch Potenzial. Und da, ja, der Name klingt schon sehr viel geiler als ein Josh Sargent für seine Position. Wäre ein Ersatz für Marc-Oliver Kempf. Tatsächlich auch ein Linksverteidiger, ja, Innenverteidiger mit linken Fuß, so wollte ich sagen. Wie auch Kempf. Wird also perfekt da reinpassen. Hätte ich absolut nichts dagegen. Im Raum der Schein bei mir 5, 6 Millionen. Mal gucken, was man da machen könnte. Was hier Transfermarktkrieg auch schreibt, einer der 10.000 Einkäufe der VfB-Fereinsgeschichte bedeuten würde. Weil eben, ja, Kostic auf Platz 12 fängt an mit 6 Millionen. Danach Alkohol 6 Millionen und so weiter. Ähm, auch Sosa und Azkazibar 6 Millionen. Gehen wir mal die Liste hier durch. Marika 7 Millionen, Meira 7,5. Jundal, Thomason 7,5. Silas 8. Strafko Guzmanovic, geiler Typ, auch 8. Gonzales 8,5. Maffeo 9 und Kabak 11 Millionen. Das sind so die teuersten Dinger, die hier, das wäre auch die Idee, anzeigt zum VfB im Ranking. Da wäre ich nicht abgeneigt. Dann ist noch eine andere Geschichte. Ähm, Paderborn oder beziehungsweise BVB. BVB-Leihgabe. Ähm, wie heißt der Kollege? Führig. Ähm, an Paderborn ausgeliehen. 23 Jahre alt. Ähm, spielt da eine Top-Saison. Wirklich eine ordentliche Saison. Ähm, was stehen hier für Stats für ihn da? Ähm, 13 Tore, 7 Vorlagen. Haben schon irgendwie gekauft, zum irgendwie auch rum die eine Million oder sowas, die Paderborner. Mal gucken, ob die den einfach kaufen und den dann quasi mit Transfergewinn an uns weiterverkaufen. Das wäre, glaube ich, der Plan von denen. Oder ob der Dortmund nochmal mitspielt als Verleihendorf-Verein quasi. Äh, mal gucken. Habe ich noch weniger Ahnung zu, noch weniger Meinung zu, wie zu Schlotterbeck und so weiter. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Wenn du den als Ersatz nimmst für einen Tommy oder so, den ich ja immer noch als jemanden sehe, den du sag mal abgeben kannst. Auch so ein bisschen offensichtlich das Mittelfeld. Ähm, ist ja auch, oder auch ein Ersatz für einen Clement oder so Geschichten. Warum nicht? Wird es auch nicht die Welt kosten wahrscheinlich? Lass doch mal versuchen. Ist so ein unverbrauchtes Talent. Ist auch mit 23 noch nicht allzu alt. Da natürlich auch, ja, wird, glaube ich, auch irgendwo so ein bisschen als Spätstarter, als Spätsinner quasi betitelt. Warum nicht? Ist ein Versuch wert. Ich vertraue da ein bisschen Tat und Co., die da scheinbar dran sind, sonst gäbe es die Gerüchte nicht. Ähm, von dem her, alles chillig. Wir machen weiter mit Nominierungen. Ähm, Endo steht im Raum, dass er nominiert wird für den japanischen Verband. Äh, als einer von den drei über 23 Jahre alten Spielern für die Olympia im eigenen Land. Wäre natürlich eine sehr große Ehre. Hat auch Matarazzo gesagt. Und natürlich würde man ihm das nicht verwehren. Und er darf ihn natürlich spielen. Ähm, wir machen weiter. Argentinien. Er ist im Aufgebot. Und Nicolas Gonzalez handelt sich um die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien und Chile. Ähm, weiter geht's mit Österreich. EM-Kader. Ähm, für den vorläufigen EM-Kader ist Kaleitsch nominiert worden. Sehr, sehr schönes Ding. Ich glaube, da wird auch die EM spielen für Österreich. Ähm, für die Schweiz ist ein bisschen was anderes. Äh, Kobel auch nominiert für den vorläufigen. Aber wie hier VfB exklusiv auf Instagram schreibt, ähm, kann es gut sein, dass er dann rausfliegen könnte. Weil eben vier Keeper im Kader sind. Das heißt, es wird sehr, sehr wahrscheinlich einer rausgehen. Und weil normalerweise nur drei Keeper dabei sind, schreibt er hier. Und da ist natürlich Kobel möglich. Oder halt auch einfach einer der anderen Keeper. Ne? Mal gucken. Hoffen wir mal natürlich aufs Beste für Kobel. Und auch sehr cool, Tschulinov, statt U21, zack, in die erste Mannschaft von Nordmazedonien in den EM-Kader rein. Auch sehr schönes Ding. Schöne Entwicklung genommen, der Kollege. Wir haben natürlich auch unseren Kader rausgeballert. Äh, Nationalmannschaft mit Müller, Hummels und Volland schreibt hier Sky Sport. Ähm, ja, ich finde Kader ist in Ordnung. Ähm, gibt so, ja, ja, was heißt für Schwachstellen, aber, hm, Abwehr, oder, ah, wie soll ich es formulieren? Jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Sorry, Jungs. Aber, ähm, ich wollte eigentlich nur darauf hingehen, dass es natürlich ein paar Namen gibt, die ein bisschen komisch sind. Wie jetzt zum Beispiel ein Koch oder sowas. Ähm, ich glaube, da, um eben die VfB-Überleitung zu machen, da habe ich kurz gehangen. Ähm, da könntest du, glaube ich, auch genauso gut mit einem Waldemar Anton fahren. Also, so ist es nicht. Ähm, sonst, wie gesagt, Kader ist, glaube ich, in Ordnung. Auch gut, dass man wieder ein paar Leute zurückgeholt hat. Keine Ahnung, wie die EM wird. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass du für Löw nochmal ein gutes Ende findest. Das wäre natürlich der absolute Boss-Move. Auf allen Kritikern zu sagen, die ja auch durchaus teilweise, ne, zu Recht da sind. Wir spielen ja gerade wirklich nicht, nicht, nicht das Schönste auf der Welt mit der deutschen Nationalmannschaft an Fußball. Äh, aber wenn der wirklich den einfach zum Schluss nochmal hier, zack, drauf, EM-Titel. Zum Abschluss, WM-EM gewonnen, ständig Halbfinale, mindestens, außer jetzt halt WM zu 18. Was wollt ihr von mir? Ich gehe mit dem EM-Titel, zack, Boss-Move. Das wäre, das wäre königlich, aber mal gucken, ob sowas möglich ist. Ähm, dann interessant, äh, auch Weibinger Zeitung, Videoanalyse direkt auf dem Trainingsplatz, wie ein umgebautes Golf-Kart zum Taktik-Mobil wurde. Äh, das klingt halt so dermaßen nach unserer, nach unserer, nach unserer sportlichen Führung, nach unserem Trainerstab in Baderazzo und den ganzen, äh, Fußball-Geeks da quasi. Den ganzen Fußball-Nerds jetzt mal ganz doof gesagt, um das irgendwie negativ werten zu wollen. Ähm, 80-Zoll-Touch-Display, Lautsprecher, kannst richtig einen rausholen hier mit direkt auf dem Trainingsplatz. Interesse anderer Klubs auch da. Die ersten Einsätze waren vielversprechend. Also cool, dass du da auch vielleicht ein bisschen, ist federführend das richtige Wort? Ne, ist es nicht, ne, aber so ein bisschen in die Zukunft gehen kannst. Äh, und da die ersten Schritte gehst, äh, in Sachen Trainingsleitung und so weiter. Aber natürlich immer, immer mehr auf Zahlen und wir tracken gefühlt jeden Mittag, der der Spieler geht im Training und wir wissen genau, welchen Puls er wann und wo hatte. Das wird die Zukunft sein und wenn du da Vorreiter bist, so ein bisschen, wäre es natürlich cool. Auch schöne Aktion, auch jemanden, den ich hier schon ein paar Mal in News drin hatte als Quelle quasi, der Kanschauter Blog auf Instagram, äh, der Probleme mit Bildrechten hatten und so weiter, war es, glaube ich, und dann Spenden gesammelt hat, wo einiges zusammenkam. Er hat dann absolute Ehre, meine Aktionen, die Spenden genommen, die er quasi gebraucht hat, für diese Bildrecht-Geschichten oder was genau da für Probleme er hatte, ähm, für die Seite und die restlichen tatsächlich 3.880,66 Euro, die quasi über den Betrag drüber waren, hat er ans Kinderhospiel schon gerade gespendet. Schöne Aktion, kann man auch mal erwähnen. Ähm, und dann noch am Ende, wir können es auch mal einfach schon mal in Vorlauf stellen, spiele es zwar erst morgen, aber ich habe es auch schon im Vorbericht in Vorlauf schon mal reingeballert. Und hier auch nochmal, Kanschauter Kurve, äh, CC9, äh, CC97, ähm, ähm, Kommando Kanschauter, ähm, hat, für den Trainingsbetrieb vom VfB, Junge, zum Ende vom Podcast werde ich auf einmal lost, ganz schlimm, ähm, zum Trainingsbetrieb vom VfB, schön an die Zäune, ein, ähm, Banner hingehangen, danke für die starke Saison, kann glaube ich jeder unterstreiten, stark ist vielleicht fast sogar, ja, ja doch, richtiges Wort, aber, wird mich schon zum Wort überragend greifen? Keine Ahnung, aber schöne Geste, nochmal ans Training drangehangen, vielleicht hilft es nochmal die Motivation, dann doch nochmal alles rauszuhauen. Wir sind es ja vorhin durchgegangen, was man da machen kann, muss, äh, damit man noch auf Platz 7 kommen könnte. Heißt für uns eigentlich im Endeffekt, Gewinnerspiel gegen Bielefeld, auf den Rest hast du eh keinen, keinen Einfluss, gewinnst möglicherweise hoch für irgendwelche Toddifferenzgeschichten, mehr Einfluss hast du nicht. Hab extrem, extrem Bock morgen auch natürlich auf die Abstiegskampfentscheidung und alles, was sich noch so dreht und wendet morgen am letzten Spieltag, Konferenz, alles da, Layout ist komplett zugefüllt mit den Spielen, hab ich Bock drauf, morgen auch jährt sich's dann 5 Jahre, am 22. Mai 2016, die man alle erstes Video hoch, also 5 Jahre AFM, der KM besteht schon ein paar Tage länger, aber halt das erste Video, das ist eigentlich der bessere Punkt, deswegen da genau 5 Jahre her, ja, vielen Dank für euer Interesse hier am Podcast, wir hatten hier jetzt den Freitagnachmittag so 5 herum oder so, 17 Uhr ist so das Ende meiner News quasi, wo ich mal irgendwie nochmal gecheckt hab, wie immer alles verlinkt, ihr wisst, wie es abgeht, kommt morgen sehr gerne vorbei im Stream, wird sehr, sehr geil, ich freu mich drauf und dann hören wir uns bis zum nächsten Mal.